Klassentreffen der Wahlverlierer. Sie haben sogar den Papst eingeladen. Ich habe spöttisch erstmal gefragt für die letzte Ölung, für die letzte Salbung. Oder was soll der Papst hier richten? Nein, der Papst soll es aus seinem Rollstuhl für die künstliche Intelligenz richten. Auf dem G7-Treffen, dem Treffen der Führer der westlichen Welt, wie sie immer nennen. Dabei sind es alles Wahlverlierer. Und damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. In Italien, in Apulien findet gerade der G7-Gipfel statt. Es treffen sich dort die Staats- und Regierungschefs von Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Japan, Kanada und der USA. Allerdings sind bis auf die italienische Ministerpräsidentin bzw. Regierungschefin Giorgia Meloni alle anderen Teilnehmer, Wahlverlierer bzw. haben in Kürze Neuwahlen anstehen und die Umfragen schauen schlecht aus. Für mich ist das hier ein letztes Klassentreffen, bevor man dann in den Ruhestand geht oder in den politischen Exodus geschickt wird. Die Repräsentanten der westlichen Welt bzw. die Führer, wie sie sich selbst immer nennen, der westlichen Welt, sie sind bald Geschichte. Deswegen sieht es hier so aus wie ein Klassentreffen und nicht wie ein Führungsgremium unserer Welt. Emmanuel Macron hat so heftig verloren. Er hat nur noch die Hälfte der Stimmen mit seiner Partei wie die Kontrahentin des Rassemblements National wie Marie Le Pen erreicht. Und er hat für den 30. Juni Neuwahlen angekündigt. Am 7. Juli findet dann die Stichwahl statt. Und alleine innerhalb von drei Wochen, also innerhalb von 21 Tagen eine Wahl zu organisieren in so einem Land. Respektable Leistung in Deutschland. Wir hätten bis heute noch nicht mal das Papier bestellt in drei Wochen. Um Herrn Scholz, naja, wie steht es da? Mit 13,9 Prozent ist er der Verlierer der Woche, der Verlierer der Wahl. Er möchte aber allerdings keine Konsequenzen ziehen, zumindest keine, die für uns erkennbar sind. Vielleicht hat er irgendwelche Konsequenzen in seinem stillen Kämmerlein getroffen. Wir wissen es nicht. Großbritanniens Premierminister Richie Sunak, dem geht es ähnlich schlecht. Er hat so schlechte Umfragewerte, dass er vorzeitige Neuwahlen in Großbritannien ausgerufen hat. In weniger als drei Wochen ist es schon soweit. Und im Moment liegt die Partei, die Brexit-Befürworter von Nigel Farage, vor den Tories in Großbritannien. Ähnlich steht es um Justin Trudeau, Kanadas Premierminister. Er hat laut einem Global Leader Approval Rating Tracker, das ist das Einzige, was man hier finden konnte, noch 30 Prozent Zustimmung in Kanada. Der japanische Premierminister Fumio Kishida findet laut Japan Times allerdings nur noch 16,4 Prozent Zustimmung. Dann haben wir dann auch Opa Sleepy Joe Biden, der auf diesem G7-Gipfel wie ein Wirrer wieder davongelaufen ist. Also der Mann, dem sollte man altersbedingt keine zweite Amtszeit antun. Der Mann, der sollte sich mal ausruhen. Und er kommt aktuell noch auf 37 Prozent Zustimmung. Doch sieht es ganz danach aus, als würde er dann Ende des Jahres abgewählt werden in den USA. Dann kommt noch Frau von der Leyen dazu und Herr Charles Michel. Zwei nicht demokratisch gewählte Personen der Europäischen Union, sondern lediglich ernannte Personen. Und damit führen sie diesen ganzen Gipfel hier ad absurdum. Es sind Regierungschefs, die kurz vor einer Neuwahl stehen und dennoch treffen sie hier Entscheidungen, die ihr Nachfolger eventuell in fünf, sechs Wochen schon wieder revidieren muss. Frau Meloni wurde dann auch wieder kritisiert, weil sie für die G7 kein Recht auf Abtreibung fordert und nach vorne stellt. Wo man nochmal sagen muss, das Recht auf Abtreibung hat jeder Nationalstaat für sich zu entscheiden. Kein zwischenstaatlich, superstaatliches Gremium wie die G7 haben hier eine pauschale Festlegung für alle zu machen. Das ist eine persönliche Entscheidung, die in jedem Land für sich getroffen werden muss. Frankreich kann das verbieten, Italien kann das erlauben, die Deutschen können das so machen wie bisher. Das ist Sache jedes einzelnen Nationalstaates. Da hat sich niemand, niemand einzumischen. Bin ich der festen Überzeugung davon. Allerdings haben sie sich hier noch göttlichen Beistand geholt. Papst Franziskus war als erster Papst überhaupt auf einem G7-Treffen. Früher war es ja die G8, da hat man Russland noch eingeladen. Und ich dachte erst, was machen sie da? Die letzte Ölung, die letzte Salbung, bevor sie dann aus dem Leben scheiden? Nein, der Papst hat über künstliche Intelligenz gesprochen. Genau mein Humor. Derjenige von der ältesten Firma dieser Welt, von der größten Verbrecherorganisation der Welt. Ja, die katholische Kirche ist eine Verbrecherorganisation. Bin ich felsenfest davon überzeugt. Ich war sieben Jahre Messdiener in diesem Laden. Ich war mehrmals in Rom. Es ist ein super staatliches oder staatenähnliches Gebilde, was hier Macht über die ganze Welt hat. Und wir schauen einfach zu. Der Vatikan hat einen eigenen Geheimdienst. Sie haben eigene Geheimpolizei. Dabei sind sie de facto eigentlich kein Staat. Auch wenn man immer so tut, als wäre der Vatikanstaat ein Staat. Allerdings ist es Vatikan-Stadt, aber andere Diskussion. Wie gesagt, die katholische Kirche, die größte Verbrecherorganisation auf diesem Planeten. Danach kommt wahrscheinlich der ISPK und Al-Qaida. Und ja, ich nenne die in einem Atemzug. Wer so viele Kreuzzüge auf dem Gewissen hat, so viele Hexenverbrennungen, so viele Missbrauchsopfer von Kindern, von Erwachsenen, der ist eine kriminelle Vereinigung. Bin ich felsenfest davon überzeugt? Kann ja jeder gerne mal versuchen, mit mir darüber zu diskutieren. Ich habe da ein sehr gefestigtes Weltbild, was das angeht. Und der Papst, er sprach hier dann nicht über die Aufarbeitung des Sexualmissbrauchs in der katholischen Kirche. Nein, wo kämen wir da hin? Er sprach auch nicht über den Ukraine-Krieg, nur kurz mit Herrn Selensky, aber nicht mit allen. Er sprach über künstliche Intelligenz und die Gefahren für die Menschheit. Ja, die Gefahren für die Menschheit ist die katholische Kirche zum Beispiel. Wir sollten den Laden zumachen und das Vermögen einfach an alle verteilen. Es ist die reichste Organisation auf diesem Planeten. Niemand besitzt so viel wie die katholische Kirche. Das hängt schon damit zusammen, dass die ganzen Kirchenbauten fast unbezifferbar in ihrem Wert sind. Aber alleine Immobilienliegenschaften, die in der Kirche liegen, ist unfassbar. Das ist unfassbar, wird selbst Bill Gates neidisch. Dennoch spielen sie hier in Apulien, in Italien, G7-Gipfel, als wäre nichts gewesen auf der Welt und niemand nimmt sie mehr ernst und dann wundern sie sich, dass sie niemand mehr ernst nimmt. Wer hat angefangen, den Wähler nicht mehr ernst zu nehmen? Hier Olaf Scholz zum Beispiel, Herr Trudeau zum Beispiel. Da gibt es keine Neuwahlen in diesen Ländern. Viele der anderen haben es schon verstanden. In Japan gibt es, glaube ich, auch noch keine Neuwahlen. Aber in Frankreich gibt es Neuwahlen, in Großbritannien gibt es Neuwahlen. In Deutschland wird es auch irgendwann Neuwahlen geben. Ich vermute, sie gibt es dieses Jahr, nicht nächstes Jahr, aber wir werden sehen, was kommt. Ich bin ja eher gespannt, wenn bei uns Neuwahlen kommen, wie viele Fehler dann passieren, weil die Vorbereitungszeit dann doch zu knapp ist. Am Ende gibt es kein Personal, kein Papier, keine Stifte, keine Ahnung. Irgendwas lassen sie sich wieder einfallen. Aber wir haben hier das Klassentreffen der Wahlverlierer, beziehungsweise das letzte Klassentreffen, bevor sie dann in den Horizont reiten. Olaf Scholz packt sein Täschchen und ist dann von dannen gezogen. Er wollte ja, dass die Europameisterschaft möglichst bunt wird. Mehr Worte hatte er nicht übrig. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Wie siehst du das? Sollten sie hier diese Veranstaltung besser sein lassen? Oder bist du der Meinung, nein, auch kurz vor dem Wahlende eines Regierungschefs muss er den Staat auf den G7 vertreten? Ich finde, das ist eine schwierige Frage. Vielleicht sollte man diese G7-Gipfel etwas abhängig von den Wahlterminen machen. Wenn ich weiß, dass in vier Wochen in Frankreich und in Großbritannien eventuell andere Regierungschefs, andere Staatschefs da sind, wobei in Frankreich kein Staatschef gewählt wird aktuell, dann müsste man doch den Gipfel etwas verschieben. Aber ja, der ist lange geplant und hin und her. Gewinnerin des Tages ist Georgia Meloni. Sie hat sich durchgesetzt. Sie hat auch ein krasses Statement zu den BRICS-Staaten abgegeben. Die G7 wollten nämlich hier, also die anderen außer Meloni, dass man sich hier verbündet gegen die BRICS-Staaten. Und Frau Meloni hat klipp und klar gesagt, auch wenn wir die Werte und die Aktionen der BRICS-Staaten nicht unbedingt teilen, so müssen wir immer mit ihnen sprechen und im Dialog bleiben. Der Dialog muss aufrechterhalten bleiben und da hat sie vollkommen recht. Und damit macht sich Meloni in Italien aktuell sehr beliebt, auch mit ihrem Versuch, die Flüchtlingspolitik einzuhegen. Es ist ein Versuch. Man kann das nicht alleine schaffen, aber sie versucht es. Und das wird honoriert. Ich denke, sie kriegt auch eine zweite Amtszeit. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Wer sollte als erstes abtreten? Ich vermute, die Antwort ist Olaf. Aber schreib mir das doch nochmal unter dieses Video, dass ich das weiß. Und abonniere den Kanal, abonniere meinen Telegram-Kanal, dann verpasst du keines meiner Videos. Schau auch mal auf AfD Observer vorbei. Da gibt es auch wieder neuen Content. Damit bis bald.